Was geht, Freunde? Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, diese Woche ist im Frauenfußball wirklich einiges passiert und darüber möchte ich euch heute mal ausführlich berichten. Nicht nur Vertragsverlängerungen, sondern auch die ersten Transfers für den Sommer wurden fix gemacht. Die Tinte ist trocken und welches Thema mich auch diese Woche wirklich sehr interessiert und natürlich auch sehr gefreut hat, war, dass auch endlich wieder Positives über Jule Brand berichtet wurde. Ihre Formkurve zeigt aktuell deutlich nach oben und das Ganze freut mich persönlich riesig für Sie. Wer daran beteiligt ist, wer maßgeblich daran beigetragen hat, dass sie aktuell wieder in einer sehr guten Form ist, ja, werde ich euch natürlich auch erzählen. Wenn euch das Ganze interessiert, Freunde, ihr wisst natürlich gerne beim Video dabei bleiben, Leute. Und wenn ihr erst vor kurzem auf meinem Kanal gestoßen seid und euch das Ganze interessiert, ihr nichts weitere mehr verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein kostenloses Abo da. Das Ganze würde mich natürlich riesig freuen und natürlich auch unterstützen. Und eine kurze Randnotiz noch. Diese Woche, 17. März um 18 Uhr, gehen wir wieder live auf YouTube. Ich freue mich auch für euch, Freunde. Und ja, ich würde sagen, genug geredet. Rein ins Video. Ja, als erstes möchte ich über Jule Brand was erzählen. Und zwar Jule Brands Formkurve, wie ich schon erwähnt hatte, zeigt deutlich nach oben. Ja, Horst Rubisch, finde ich, hat maßgeblich daran beigetragen, dass sie wieder Selbstvertrauen bekommt, dass sie auf dem Platz wieder ihre Leichtigkeit bekommt. Und ich denke, Spielfreude ist auf jeden Fall zu sehen. Und das Ganze, ja, freut mich riesig. Ich denke nicht nur mich, sondern auch ganz Fußball-Deutschland und natürlich auch Fans der Wölfinnen. Ja, Jule Brand hat aktuell beim Verein wirklich eine sehr gute Quote. Im letzten Spiel gegen RB Leipzig war sie an allen vier Toren beteiligt. Zwei hat sie selbst gemacht, eins hat sie vorbereitet. Und auch gegen den 1. FC Nürnberg, das Spiel, ja, wo 9 zu 1 gewonnen wurde, es war ja wirklich ein wahnsinniger Kantersieg. Dort wurde sie auch eingewechselt. Ich glaube, 46. Minute war es. Und da hat sie auch unmittelbar nach ihrem Einwechsel auch gleich ein Tor vorbereitet. Ja, da sieht man auf jeden Fall, dass sie wieder richtig Spielfreude hat. Und Horst Rubisch ist derjenige, finde ich, der wo, ja, einfach den größten Anteil davon hat. Er hat den Spielerinnen wieder richtig Selbstvertrauen gegeben. Die Nations League wurde erfolgreich beendet. Das Ticket für Olympia wurde ja bereits gebucht. Und da merkt man einfach, viele Spielerinnen haben wieder zu ihrer Form gefunden, ihre Leichtigkeit auf dem Platz gefunden. Ja, und so viel Selbstvertrauen ist natürlich jetzt auch für den VfL Wolfsburg wichtig. Und warum das Ganze wichtig ist, ganz klar. Wichtige Spielerinnen in dieser Saison haben bereits den Verein verlassen. Lena Oberdorf geht zum FC Bayern. Jansen wird in die Women's Super League wechseln. Der Verein steht noch nicht fest. Ja, und da muss man jetzt einfach schauen, dass man wichtige Spielerinnen für die Zukunft natürlich im Verein behält. Und Jule Brand ist eine davon. Ganz klar, ich weiß, in Vergangenheit, in den letzten Wochen und Monaten, war es gar nicht der Fall. Ich habe auch ein Video ja darüber berichtet, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie zu ihrer alten Form wiederfindet, unbedingt den Verein verlassen müsste. Frankfurt, ja, hatten wir darüber ja berichtet, dass vielleicht Frankfurt der geeignete Verein wäre oder die TSG Hoffenheim, ihr Ex-Verein. Aber Freunde, ganz klar, meine Meinung, wenn sie diese Form behalten kann, wenn Tommy Stroth sie richtig einsetzt weiterhin und natürlich auch die National League erfolgreich beendet wird und sie auch da an ihren alten Leistungen anknüpfen wird, denke ich, könnte eine Vertragsverlängerung auf jeden Fall klappen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr davon haltet und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal kurz Richtung Transfer News. Ja, Elisa Sanz hat einen Vertrag bei der Eintracht unterschrieben und zwar bis 2027. Über die Ablöse wurde stillschweigend verhandelt. Ich habe weiterhin, ja, jetzt keine Zahlen, aber ich kann euch eins sagen, Freunde. Bis 2027 hat sie bei der Eintracht unterschrieben und das ist für sie, ja, ein Riesenerfolg auf jeden Fall. Sie ist Kapitänin aktuell noch bei Bayer Leverkusen und jetzt hat sie auch den Wunsch geäußert, sie möchte in der Nationalmannschaft eine größere Rolle in Zukunft spielen. Sie möchte mit ihrem Verein Champions League spielen und ja, das Ganze ist auf jeden Fall bei der Eintracht gegeben. Sie spielen ja aktuell wirklich einen sehr guten Fußball und in der Champions League, ja, klar, in der Vorrunde sind sie ausgeschieden, aber man hat gesehen, dass sie auf jeden Fall mit den guten, großen Mannschaften mithalten können. Und ja, ich würde sagen, Glückwunsch auf jeden Fall an Sanz. Dieser Transfer, ja, tut ihr mit Sicherheit gut, um ja ihre Karriere, sage ich mal, aufs nächste Level zu pushen. Nächste Transferneuigkeit, was mich völlig überrascht hat, Freunde, und ich kann es ja aktuell überhaupt nicht nachvollziehen. Nicole Biller wechselt von TSG Hoffenheim zum 1. FC Köln. Also ganz klar, Hoffenheim aktuell auf Tabellenplatz 3 und Köln ist eher unten. Ja, also dieser Wechsel ergibt für mich persönlich jetzt nicht wirklich wahnsinnig Sinn. Biller spielt bei der TSG wirklich eine wichtige Rolle im Sturm, aber was ich mir so vorstellen könnte, der Trainerwechsel, Stefan Lerich, er hört ja zum Saisonende auf, dass ihr das vielleicht gar nicht so gefallen hat. Deswegen hat sie sich geäußert, ein Tapetenwechsel würde ihr guttun. Sie ist jetzt schon lange bei der TSG. Ich glaube 2021, 2022 in der Saison wurde sie ja auch Torschützenkönigin und das war auch ein echt guter Erfolg für sie. Und deswegen, Freunde, den Wechsel kann ich einfach echt nicht nachvollziehen. 1. FC Köln, ja, führt Köln auf jeden Fall ein richtiger Transfercup. Sie kommt ablösefrei. Das ist so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall erwähnen muss, weil ablösefreie Spielerinnen sind natürlich für die Vereine immer sehr interessant. Und ja, auf jeden Fall Glückwunsch an Köln für diesen Transfercup. Aber auch da, Freunde, möchte ich natürlich von euch wissen, könnt ihr diesen Transfer nachvollziehen? Hoffenheim nach Köln ist für mich, wenn ich es vorsichtig sagen darf, ein kleiner Rückschritt. Weil bei der TSG Hoffenheim, wie gesagt, wird aktuell auch ein sehr attraktiver Fußball gespielt. Tabellenplatz 3. Aber ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass der Trainerwechsel vielleicht so der Grund sein kann. Dann eine Vertragsverlängerung und mich freut es wirklich riesig für Mara Alba. Aber sie hat bei der TSG verlängert, das ist auch ein wichtiges Zeichen an die Konkurrenz und auch an den deutschen Fußball, dass sie der Bundesliga erhalten bleibt. Sie hat einen Vertrag vorzeitig bis 2026 unterschrieben und sie ist ja erst 18 Jahre. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir, ich glaube, im letzten Livestream darüber uns unterhalten hatte, Mara Alba, es gab das Gerücht, dass sie zum FC Chelsea wechselt. Und da hatte ich auch schon erwähnt, bloß nicht. Sie darf auf gar keinen Fall in die Women's Super League wechseln. Warum? Ja, es ist wirklich einfach Wahnsinn, was in England aktuell abgeht. Der Fußball boomt ja dort, aber sie ist erst 18 Jahre. Sie hat wirklich noch Zeit, ihren Verein in Zukunft zu finden, wo sie dann auch um große Titel mitspielen wird. Bei Hoffenheim, bei allem Respekt, wird es wahrscheinlich nicht stattfinden, dass sie da um die großen Titel mitspielen wird. Aber für ihre Entwicklung ist das Ganze wirklich ganz, ganz wichtig, diesen Vertrag unterschrieben zu haben, weil dort wird sie auf jeden Fall in nächster Zeit eine wichtige Spielerin sein, Stammspielerin auch. Das ist sie ja aktuell auch. Und ich habe sie ja auch live schon gesehen gegen Bayern, ihre Spielidee, ihre Ansätze, was man von ihr so auf den Platz sieht. Es ist, ja, es ist wirklich einfach schön anzuschauen. Und deswegen freut es mich, wie gesagt, wahnsinnig, dass sie bei der TSG Hoffenheim ihren Vertrag verlängert hat. Und da auch natürlich mein Glückwunsch an die TSG Hoffenheim, Mara Alba, ja, weiterhin an sich gebunden zu haben. Und dann zu guter Letzt möchte ich euch natürlich auch über eine sehr positive Nachricht vom FC Bayern berichten. Und zwar Magda Eriksson ist wieder im Teamtraining. Mich freut es persönlich, weil ein Mittelfußbruch ist so eine Verletzung. Da weiß man nicht. Fällt man zwei Monate aus? Ich weiß es nicht. Es ist eine langwierige Verletzung. Ich kann euch nur daran erinnern. Ja, Manuel Neuer hatte ja auch den Mittelfußbruch. Sich in der Reha dreimal gebrochen dann insgesamt. Ich denke, wenn Magda Eriksson in der wichtigen Phase der UEFA Champions League dabei gewesen wäre, denke ich, wären die Bayern nicht ausgeschieden. Und ja, mich freut es persönlich wirklich sehr. Vielleicht sehen wir sie ja auch beim Highlight, beim Topspiel Wolfsburg gegen Bayern, weil ich denke, da wäre sie wirklich verdammt wichtig. Ja, soviel dazu. Das waren jetzt einige Neuigkeiten, Freunde. Aber die musste ich euch auf jeden Fall heute mal berichten. Und ich denke, wir können uns jetzt wieder gemeinsam in die Kommentare austauschen. Und da freue ich mich natürlich. Deswegen, Freunde, wie gesagt, um nichts weiteres mehr zu verpassen, gerne regelmäßig einschalten auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Danke wie immer fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.